Da ist ja jeder mit so nem Controller in der Hand, aber will da auch noch recht haben. Mit einem Controller in der Hand. Dann muss ich den Encoder halt auf die Grafikkarte umstellen und dann läuft das schon. Ach das ist die, wo ich grade erster geworden bin. Malenwald. Soll ich wieder meilenweit erster werden? Weiß ich nicht. Oh die zwei Coden grade hinterher geworfen haben. Die haben mich nicht getroffen. Ich hab ne grüne geschlossen. Aber scheiß Mario, scheiß keine Ahnung was da grad noch war. Ja gewinn, man hat mir grade zwei Krode hinterher geworfen, die haben mich aber wohl nicht getroffen. War bestimmt der Bot, der die mir hinterher geworfen hat. Alter, Jan. Soll ich bis zu vorne. Das ist meine Map? Normalerweise schon. Das ist halt ne Peach Strecke. Also... Ne Piatsch. Strecke. Können wir die öfters fahren? Nein. Frag das Mario Kart. Mario Kart, gib mir die Strecke öfters. Und lasst ihr jede Runde. Eine Frage, habt ihr wie heute Lust noch mitzufahren oder wo bleibt denn ihr? Ne, wir fallen hier lieber ganz... Soll ab's mal stimmt, bleib mal im Wagen. Kann ich nicht. Ich bin schon im Ziel. Ach, fick dich doch Mario! Nein! Und der ist trotzdem vor mir! Weiß drauf. So knapp! Was heißt Mario? Welcher Platz seid denn hier geworden? Der dritte und der ist zweiter. Ich esse kein Geist. Ich esse kein Geist. Nur noch Gemüse. Ich esse kein Geist. Ich esse kein Geist. Nur noch Gemüse. Ich hab das extrem vermisst. Wie das? Was? Ich hab euch so vermisst. Ach Timo? Der ist so... Der ist so... Ja, aber... Ja, aber... Direkt wieder abbrauen. Ich glaub, Chassen hat keinen Bock mehr. Hä? Ne, bei der Kugel ist noch ein bisschen. Ja, deswegen hast du ja meine Grüne nur kassiert. Alter, dieser Rockleriss ist doch unnommal. Der fuck, wo kommt der denn jetzt, he? Ach, da kommt mal ein Mario rumgefahren. Ja. Ja. Boah, dieser scheiß Bart Mario-Gedöns, alter. Gibt mir auf die Eier. Komm! Fack ihn ab! Erster! Boom! Fick dich. Fick dich einfach. Geh dich verkraben, bitte. Also bei mir läuft alles gerade flüssig, Con Julio. Bei mir läuft alles flüssig. Also wenn er sich verkraben soll... Das hab ich aber... Con Julio, das hab ich aber auch gerade. Passt du schon auf. Ey, Frank, ich darf jetzt bis Montag warten, bis einer von diesen Technikern kommt für die, äh, für die Heizanlage. Ja. Was für den Beulen aus? Ich hab im Dachgeschoss eine Heizanlage. Nein, diese, der Beule, da war mal was in Ägypten so, ne? Der ist scheinbar im Arsch. Also da wird ganz dazu ne Fehlermeldung angezeigt. Ich darf jetzt bis Montag warten. Danke, dass du das finden. Wenn du an mich herangefallest... Ich bin jetzt 6 da. Ich hab ne rote. Ich hab ne rote. Ich hab ne rote. Ja, die ist aber an mir vorbeigerollt, weil ich gerade auf dem Platz getroffen wurde. still was weiß. Ich hab grad klappt. Hex, hex. Na verdammt. Dann soll ich dir einen anderen Ohrwurm geben? Ich hab grad den Stott deswegen grad verguckt. Ich kann dir gerne einen anderen Ohrbomb geben. Justin. Alter, das ruckelt. Du ruckelst auch. Dann zieh ich mir auf die Dings. Das sind Böcke. Ausreizen, ausreizen. Nein! Der den Blitz gerade eingesetzt hat, das war göttlich. Nein! Der Grund ist, weil die Rode mich nicht getroffen hat, deswegen. Ich hatte zwei Sterne, denkst du, auf Ausreizen, Alter. Und dann, genau als ich den Stern gerade einsetzen wollte, kommt der Blitz. Nein, zwei Sterne weg. Alter, ich wäre so weit vorne gewesen. Ich wäre God Mode Only, aber nein, ich muss der Hurensohn sein. Wer hat denn den Blitz gehabt? Ah ja, Timo, äh, Justin? Wer hast denn? Kriegst du du gerne Rode, die mich nicht treffen? Keine Ahnung, ich krieg Rode und schließe immer nach vorne. Ja, die treffen mich aber nie, weißt du wieso. Weil du jedes Mal irgendwelche Ziege triffst. Äh, ja, ich glaube. Naja, wer ist der Erster geworden ist, Basten? Deine Mutter? Oh Gott, nur mit dir zusammenfahren eigentlich. Oh, naja. So geht auch. Ich hätte gewinnen können, Alter, ich bin so ein Fickser, ne? Habt ihr auch alle Spaß? Natürlich. Eine Freundin sagt, sie hat keinen Spaß. Ja, ich weiß noch. Ja, mit dir ist es auch kein Wunder. Sie sagt, fresse. Weil sie nicht mehr Spaß hat. Mann, Mario, komm her. Nein, dieses Schicks Tintenviech, weg mit dir. Six Mario. Ehren Mario. Sixer Mario. Endlich hab ich den Classic Mario, den hab ich. Scheiß Dings rausgeholt. Oh, ey, ohne Witz, jetzt so. Nur noch Fleisch, nur noch Fleisch, nur gewisse. Frage kommt, das schaffst du. Jan. Nein. Letztes item entscheidet. Zwei Münzen, ich glaub's nicht. Wie viel behindertest du Scheiße? Komm mal auf, und jetzt kommt der mit nach unten um die Ecke. Ich hab ne Banane und ne Grüne bekommen. Ja, drei Rote direkt hintereinander. Leck mich. Trotzdem bin ich dritter geworden. An die Stresstherapie. An die Stresstherapie habe ich, wenn ich am vierten im Fall weg bin. Ich hasse euch alle. Irgendwie, ich komm hoch dann. Hilfst du mir? Ich krieg alles mit, was auf meinem Account passiert. Sicher? Ich werd den so druckig anziehen. Krank. Ist mein ganzes Geld da weg, zieh ich das Geld einfach aus deinem Portemonnaie. Wie willst du das bitte machen? Ich krieg wieder am besten. Ich will da nicht meine Konsole mitnehmen, weil ich sowieso dann eine Woche lang mit meiner Family im Garten sind. Und das macht dann dem für mich keinen Sinn, dass sie die Kontrolle mitnehmen. Alte Katzenpeach, der hackt doch. Nee, der nutzt die ganze Zeit Boost. Ja, ist doch hacken. Wenn du nur Boosts bekommt. Nein, wenn du weißt, wo die Boosts sind, worüber du Boosts bekommst, bist du doch viel, viel schneller unterwegs. Nein. Jan. Jetzt hätte er gewusst, wo ich langfahre. Und ich krieg nix zum Attackieren. Nix. Nur diese behinderte Scheißabwehrkacke. Ich krieg ein Ausraster an dieses Spiel. Liebt mich heute aber so richtig. Ich bin die ganze Zeit hinten. Nix krieg. Oh, ich krieg jetzt zum Ende einen Stern, wo ich scheißegal ist, wer für ein Item ich bekomme. Es ist so piepigal, weil jeder behinderte Wichser jetzt gerade vor mir ist. Wie kann ein Game mich bitte so sehr hassen? Oh, Ergebnis. Ui. Conolio muss hier auch so denken, bestes Team ever. Ich lachte gerade so in die Hose, ne?